Hi, ich bin Daria. Nach meinem Studium bin ich in die Industrie gegangen. Da ist mir aufgefallen, dass all die neuen technischen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse es gar nicht so schnell in die Praxis geschafft haben. Und das gerade bei uns in Deutschland, wo wir so eine starke Wissenschaftslandschaft haben. Um das Problem von der anderen Seite zu betrachten, habe ich danach an die Hochschule gewechselt. Dort ist mir aufgefallen, dass Wissenschaft und Wirtschaft nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen. Das macht Kooperation natürlich schwierig. Im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich auf den Weiterbildungsstudiengang Transferscout aufmerksam geworden. Transferscouts finden Wege, um Forschungseinrichtungen und Praxispartner zusammenzubringen. Das Studium lässt sich perfekt neben dem Beruf absolvieren. Die Online-Live-Vorlesungen finden immer nachmittags statt und wechseln sich wöchentlich mit den flexibel abrufbaren Lerneinheiten ab. Die Präsenzveranstaltungen hier in Cottbus finden jeweils am Anfang und am Ende des Semesters statt. Dadurch entsteht eine sehr vertrauensvolle und motivierte Lernatmosphäre, in der wir mit den Dozenten auf Augenhöhe diskutieren können, aber auch viel voneinander lernen. Wenn auch du Transferscout werden willst, schreibe dich jetzt für den Studiengang an der BTU ein.